ARD Text im Auftrag von Funk 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 Metro! Mit um! Ah! Metro! Ich weißte! Der Hirn ist voll verschickt, alter! Ah! Geh geil, Klero! Geh geil! Sag Metro! Metro! Ah! Klero, du kriegst ihn nicht mehr! Mit um! Mit um! Ja läuft! Ja läuft! Er läuft! Mit spiel! Er sagt Metro! Metro! Zeitwechsel! Das wird mal live! Da ist Metro! Metro! Suchen und zerstören! War kill geil schon wieder! Ist schon einprogrammiert! Ah! Schlimm mit dir! Ja! Ne mit Klero! Okay! Angefakt! Alles klar! BNR durch! Nein! Gar keiner! B-Treppe! B-Treppe! Er ist down B-Treppe! Ah ich bin mega weak! b-Treppe! B-Treppe! Ffff! Am beet! Seilbinding GS Tillогда! Sie sind ganz professionell Fenster oder was? Der ist schwarze? Wie dumm könnte der sein? Der ist von der... Oh Gott wie schnell ich weg bin, Mann! Ich glaub der ist in einer Beziehung mit dem B-Fenster, Alter. Ohne Mist. Er ist verheiratet mit dem B-Fenster. In love, marriage. Wahrscheinlich, Alter. Immer in einer Beziehung. Mit B-Trolls beim B-Fenster. Oh, da würd ich gern Lockdown-Turm reinschreiben. Oh, Lockdown-Zoom war so geil. Seitenwechsel! Vorher wurde mal alles reingeballert, Alter. Ich hab alle gezogen! Suchen und zerstören! An den Haaren, oder was? Ja, auch das. Das Ziel verteidigen! Meinst du, wie viele ich da durchgenommen hab? Wo gehen die hin? B wieder, oder? Ah, ja! Parkhaus! Oh, fuck! Parkhaus, Chang'a! Rechts, Chang'a! Rechts von dir, ne? Der hat dich auch gesehen. Auf der Rampe! Oh, Punch ist auch rot, 3 und 3, ne? Noch. Noch. Kritisch, kritisch. Der Spieler wird geladen. Jetzt kommen doch schon mal hier. Und noch Visier. Da sieht man einen Stay Clear. Oh, Treppe, Treppe! I bring... Wand, wand, wand... Oh, noch zwei. Komm her, Junge! Komm her! Kannst du gehen echt zu Endpacks wieder? Ne, ich glaub, Chang'a. Ah, Endpacks, Endpacks! Ah, Endpacks, Endpacks! Ah, Endpacks, Endpacks! War, coole Killcam wieder. Ja. Oh, heute hab ich so voll viele Kips gekriegt, ey. Der andere hat nur noch Sniper-Schuss, Intus. Ah. Pidgey war'n Arsch am Arsch gefallen. Hab' ich mich gefreut, dass der erst umgefallen ist mit dem Sniper-Schuss. Man kommt da zweit und nimmt den einfach mit. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Wann ist die Blocken, danke! Oh! Oh, ich bin gestunt. Keiner durch B. Ich bin gestunt, doch, da war einer. Jetzt, jetzt, jetzt! Einer ist Green drin. Einer war aber Fenster, ne? Ja, jetzt, jetzt war er. Hab' ich. Ist er da und Fenster? Green, let's start, green. Nein, zwei noch. Einer Green. Einer ist wieder B. Ne, Panzer hat den. Komm her, Alter. Der ist Straße da. Haben wir, haben wir. Leg. Richtung hinten rein B. Ja, hinten rein spawnen. Der ist B drin, der B drin, der nicht drin, der nicht drin, der nicht drin, der nicht dritte. Nichts, doch, dritte, doch, dritte. Nichts, dritte, nicht dritte. Ist draußen. Links. Könnte Jurassic Park sein. Ja, aber einfach so bleiben. Straße. Wo ist Jurassic Park? Jurassic Park. So, da. Wow, weak. Nice. Ey, für den Spot, ey. Ich schieß da einfach mal so Polo hin. Vielleicht ist da ja einer. So, auf einmal. Oh, oh. Hitmerker. Weil der Shanga-Exporter, weißt du? Äh. Jungen, was passiert? Nein, wissen wir nicht. Hast gedacht, du hast seinen Sniper-Schuss getroffen, ne? Oh, der war schon so weak, ne? Falsch, ey. Ach ja, war doch den Scheiß wie letztes Mal. So'n Sack. Das war mein Kill. Oh, nur Witz. Da war schon Clero eingraviert. Nein. In den Zehen drin, auf jedem Zahn. Clero, 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 Clero. Nein. Das Ziel verteidigen! Eingefaked. Anderer war da noch ultra weak. Oh, die sind da beide übel weak. Noch einer. Und der hat mich, jello. Ah, jello! Ah, jello, glaub ich. Oh, der ist doch mit I.M.E. Yellow Fenster, yellow Fenster! Sauber. Ehh, nix. 6 zu 0, 6 zu 0, 6 zu 0 Ich geb Snipen auf hier, Alter. Ich werfe das nächste Mal noch mit solchen komischen Spike-Drohnen. Die töten wenigstens von jetzt. Oder Stacheldrohnen. Ja, ich weiß schon, dass er die meint. Ja? Ja? So. Das war wie aus dem Leerbogen. Oh, guck dir das an. Geil. Alles sagen, was in Chanka fliegt drauf. Hör mal auf dir, keinen. Tut mir leid, die anderen können mich verletzen, Chanka. Du musst es verstehen. Jetzt will er uns verarschen und tut es, als würde er uns nicht mehr hören. Und so tut er jetzt noch, während die Karte lädt und dann sagt er Furscht. Danke, gib's auf. Egal, ich spiel auch 3 gegen 4. Haben wir ja eben gerade auch gemacht. Ja. Also, 4 gegen 2. Danke, Zero. Achso, du hättest du voll gesagt. Ja, 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 ja. Na, wenn du mit deiner Atlas da nichts tust, ist das nicht mein Problem. Na, eigentlich schon. Ich denke, er muss noch länger ruhig sein. Das heißt, wir hören ihn nicht. Spätestens, dass er da unten Stress kriegt. Na, spätestens, der quält da rum, da. Der heult da rum, ja. Da ist irgendwas, Hilfe, Hilfe. Oh, wer macht denn jetzt Mitte? Oh, da sind zwei. Zwei Stück Mitte. Da war noch was. Bommi unten, Bommi unten. Noch was, noch was. Warte, 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 ich helfe. Bommi war da unten, Bommelix ist da unten drin, Dusche. Noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Über mir ist Dusche. Äh, Quatsch, Lobby. Lobby ist safe. Er ist hier gerade lang geboostet, irgendwo. Vielleicht war ich's aber auch. Er ist runter zu A. Da war so ein Boost-Strahl. Oh, nee, das war panisch. Da rinnt wir, Alter. Also, äh, Bommi ist immer noch Dusche, ne? Ihr könntet ja da drin gammeln. Über mir. Ja, Schrift, Schrift. Jetzt Lobby, Lobby. Hey, willst du Bommi? Pack das nicht, Alter. Bommi, Dusche. Dusche! Ah! Geht wieder hoch! Oh, der hat mich da schon gesehen, der Sack, Alter. Aber der bleibt in der Dusche drin. Er hat auf A geboostet, Jenga. Ja. Ein Glück, ey. Das war drei gegen eins, Alter. Zum Glück hört er uns nicht. Ja, cool. Was war das? Was war das? Er macht zwei Kills, er macht zwei Kills und sagt, er hat irgendwas gesagt. Arme, Alter. Bereit machen für die nächste Schlacht. Arrogant. Ja, ich hab nur auf Gewahr, dass wir den Kill machen, damit ich mir was sagen kann. Ja, aber das war drei eins, nur die Bommi über Dusche. Das war echt taktisch unklug von euch, Alter. Ja, das war echt gerade ausgespielt von uns. Von uns, von dir. Fick dich. Oh, leck doch nicht rum, Alter, ihr zwei. Was ist denn da los? Alter, übelster Leck. Ich komm da gar nicht durch bei euch. Ricken Arsch. Schneide Torbogen, ne? Ich schneide Torbogen. Nein. Vorsicht. Jungle, du bist so ein verkackter Haufen, Alter. Oh, ich werd angeschossen von oben. Ah. Full weak. Den ist immer noch nicht da. Gott, siehst du mal wo einer. Was ist denn so raus? Schlafzimmer, schlafzimmer. Down, noch einer, drei gegen einen. Kleine Torbogen. Komm von vorne. Oh, lol. One on one, der ist green, glaub ich. Der ist green, glaub ich. Ja. Nice. Oh, ein Callout. Ja, nice. Oh mein Goooood. Ich hoffe, dass die Wände eindeutig gelb sind da drin. Das wurde immer green genannt. Wenn ich jetzt yellow gesagt hätte, hätte er nicht so... Hä? Da wäre ich auf die B gelaufen. Dann wäre er auf die Joint gelaufen. Oder... Der hat einmal so einen Double-Sprung gemacht, dann wäre er auf Recovery drauf drauf. Aber hier ist doch gar keiner drin. Gehst du jetzt Lobby oder gehst du Disco? Geh unten. Lobby. Feuch. Ist so ein Scheißhaufen, weißt du das? Hab ich. Hab... Ah, ist weak. Green. Einer sagt, glaub ich, pool. Ende noch green. Alter. Nein, green. Ja, letzter unten auf A-Bombe auch unten A-Gedroppt. Das ist doch rot schon, Mann. Bombe war auf jeden Fall auf A-Irgendwo. Also kannst du bleiben. So auch. Na, wird schwierig schon, ne? Kann ich so bleiben, Jungs. Ja. Nee. Kann ich so bleiben. Bewegt sich doch, Alter. Keine Ahnung, Mann. Ja, Mann. Bewegt sich das da unten nicht? Doch, da ist es ja doch. Keli. Lol. Alter, lol, der war wirklich das da. Hauptsache, du sagst zehnmal Nein, Alter. Ich hab einmal Nein gesagt. Das hat die ganze Zeit... Die Lichteffekte haben sich die ganze Zeit bewegt. Das ist einmal so... Hä? Sind die alle blind, Alter? Blinde? Hä? Da hat gerade ein Nade geworfen. Ja, da. Hallo, Alter. Ey, das war ein Punisher. Der hätte ja schießen müssen. Ab wann, ich hatte nicht gesehen. Die alle anderen haben den gesehen. Ja, echt jetzt. Aber ich bin vollkommen. Ja, eigentlich. Suche und zerschiebe. Komm auf B. So, ich hab aber noch eine Nade hier. Ich bin vorrat, als hätte ich noch eine. Hö? Einer runter zur Lobby. Hab den gerade... Oh, ne, ist auch zu. Kange, Alter, du Dieb. Noch einer da, an die Ecke. Oh, ist so weak. Einer, der ist, ähm... Habe ich... Wohren doch. Wohren doch. Ist nach rechts, Wohren. Ja, Leute. Kuppelhaut. Es ist vorn. Ja, übel weak, Alter. Oh mein Gott. Einer, der hilft hinter dir. Ey. Hä? Oh, ist denn? Das war knapp, Klero. Ja? Ja. Hinter dir ist er nicht. Echt? LOL. Hol ihn dir, Junge. Oh, leider. Boah, wusstest du das? Ja, ich hab ihn doch gesehen. Echt? Knapp, als war das runtergefallen. Der lag immer noch da. Das war richtig, seit Wasterstops auf dem Glender drauf, ne? Echt? Ohne Scheiß jetzt, oder was? Ja, Mann. LOL. Das war gar nicht geplant, irgendwie. Ja, es wäre bitter gewesen. Das sagen sie alle, dass das nicht geplant war. Oh, ich hab doch keine Augen im Kopf. Echt? Ist schon meine nächste Spielbereitsstelle? Jetzt wird's arrogant hier. Komm, lass dich nicht richtig Arschlochlaß, Alter. Ah, okay, gib vier aus. Na, Runde. Einer boostet ZAR runter. Einer war auch hier unten, das ist, glaube ich, cool gejumpft. Einer noch Yellow. Nee, an dieser Leiter war der. Du, du bist der Letzter. Schön. Ich bin zu viel überflüssig, Alter. Bereit machen für die Nächste. Mann, wie bin ich damit? Ja, genau. Der Endpax ist schon besser als Forrest Jump, oder? Nein, ich bin noch rübergezogen, das war voll. Ja, Endpax ist um einiges, mit dem Post Jump schock so rum. Ja, finde ich auch. Weißt du, der Endpax kriegt mit der Atlas wenigstens noch was down, weißt du? Ich bin nächstes aktiver als... Er ist das Ziel zerstören. Kämpft man den? Ja, das stimmt. Muss man den kennen? Einer hinten bei A, geht die Treppe runter. Einer zum Schlaftimmer rein oder so. Ja, Schlaftimmer. Nice. Down, down. Schlägt. Habe ich, Cleo, bleib da, geh weg. Ich bin ja auf der, auf dem Torbogen. In Wendeltreppe, falls es jemand interessiert. Warte, jetzt knall ich mich ab. Oh, Alter, ich brauche uns Torben drauf. Er töte dir doch. Alter, du bist so eine Fotze, Endpax. Ey, bei der Bombe, Cleo, bei der Bombe. Der ist unten green. Weißt du, du bist so eine, das hat das Ende. Echt. Der war so... Alter, richtig gut gespielt von uns, oder? Abwechslat versaut, ey. Also ich hole das geil, Cleo. Nee. 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 Nee, geil. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Ich wollte es mal gesehen haben. Ja, ich war ja drauf. Toll. Wolltest du den Killing stoppen? Woll ich noch mal ins Reinballern direkt? Vielen Dank.